herzlich willkommen zu einer neuen folge lego fortleid so jetzt habe ich irgendwie keine hoffe jetzt habe ich das problem mit ja das brauche ich noch auf dem teil brauche ich hier und ich brauche ich habe nehmen ich bin bis jetzt noch nicht gebaut hier gebogen Das ist meine Kiste. Sie sieht auch zusammen, da habe ich keine Probleme mehr. Nur weiter auseinander habe ich Probleme. Sie kommen in der Kiste. Sie kommen in der Kiste. Sie kommen in der Kiste. Wie ist das an der Kiste? Lachen Sie die Kiste! So, Peter. Was hörst du? Da kann man nur in der Wurste finden. Da kannst du nur in der Wurste finden, später brauchst du auch Schneebium, aber du brauchst mehr. Ja, dann viel Spaß. Ich habe schon eine Bühne. Ich habe schon eine Bühne. Du brauchst mehr. Ich habe schon eine Bühne. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr. Ja, wohl auch mehr. Was? Ne, probieren nicht. Du brauchst mehr. Ich habe die Bühne. Das ist kaputt. So. Moin. Moin. Hallo. Hier vorne. Da vorne. Ich habe bis jetzt noch nicht gebaut. Wird das Haus da hinten laufen? Moment. Ach. Ja. Ich lauf falsch dahinten. Was? Ja. Das ist jetzt. Da baut man Brücken. Deshalb brauchst du den Platz. Du kannst den Platz bauen, aber da baust du dann Glas. Glas baust du in der Wurste. ja geht das baust ich immer gucken dass das baut also heute schäbe 16 16 aber aber das kannst du nicht bauen ja aber ich gucke noch auf das rezept da brauchst du das an ja aber du brauchst du nur noch das ein anderes holz ich schätze mal weiter links in deine base ich schätze ich mal eine wüste ich auch nicht ich wusste ich falsch zu einer wüste finde ich muss auch dort hin hast du glas hier ist neu zehn glas hast du sieben okay ich hätte auch glas anzubieten wenn du willst ja frische posto eine andere und ein anderes platz ich habe so war ich habe so sogar ein schluss saft je 34 ich habe neumann essen also das holz also ich verfalle da finde ich du in der höhle findest du das holz dafür ja aber ja halt da kannst du das auto bauen ohne aber brauchst du trotzdem noch ein paar seile ähm ich habe zwei holzpächer brauche ich wenn ich nicht alles freischalten muss ich nicht mehr alles freischalten ich habe besser ich glaube meine werkbank leben kann ich mehr bauen ja ja ich habe das ich habe das marmor und postplatte kompass klar was bin denn nicht der das kompass oder fast was bin ich für die fernglas was bin ich für die fernglas was bin ich für die fernglas das tut weh das tut weh das tut weh Erde und Sand holen. Erde baust du den Beeten an und Sand, ja, Glas. Felder bauen. Felder, nee, Felder. Felder, Essen anbauen und Sand bekommst du dann aus Glas. Und ich baue mir ein Schwert. Du kannst auch die Nacht bei mir verbinden. Du meinst Kalibalen? Kalibalen. Jetzt kann ich auch noch mal aufnehmen. Ich baue noch 400 Holz. Ich sage dir, was ich alles brauche für mein Gebäude. Ich baue 348 Zoll und 711 Scheine. Ich baue 711 Scheine und ich baue 400 Holz. Jetzt brauche ich. Das Holz habe ich gepackt zusammen gemacht. Jetzt baue ich die Scheine. Aber ein kleines Problem. Hier gibt es keine Scheine. Und ich bin nicht so viel auf jeden Fall. Wer hat mir eine Nachricht gesendet? Ich baue mir eine Nachricht. Er ist live. Auf Witz. Okay. Heute ist Dienstag. Heute ist der Anhöhe Kollege. Oder sag ich mal. Mein Lieben Streamer. Ich baue ich heute nicht online. Nein. Ich baue. Das weiß. Und so. Oh, Papier ist ein Monster, Papier ist ein Monster der Post. Oh, Schriftstab habe ich auch schon, ja, ich gebe auch ein paar, blau wird ich auch, ja, blau wird bald. Wenn meine, dass mich täuscht, glaube ich. Ja, wenn. So. Willst du uns doch kommen, oder so? Ich weiß ja auch nicht. 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 So, es wird Nacht, ich verschicke mich in den Busch. Was ist mir zu kalt? Äh, Lego Fortnite. Ist das nicht? Äh, ja. Der ist weg. Was bist du? Hast du schon wieder rausgeschmissen? Was? Was? Oder ich, ich erst auf lande gegangen. Erst auf? Ich sehe ja, dass du eine Aufnahme hast. Ich sehe ja, dass du eine Aufnahme hast. Komm, bitte. Was hast du jetzt neu? 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 Oh, Himbeeren. Oh, Himbeeren. So, äh, fucken, hier. Was hast du jetzt neu? Achso, hier ist neu. Falls du eine Wüste findest, solltest. Nein, da musst du gewonnen. Bei einer Box gleich Minecraft zu spielen. Äh, was? Bei einer Box gleich Minecraft zu spielen. Äh, auf, äh, auf OP-Sucht oder woanders? Keine Ahnung. Ja, das war's. Ich hätte halt auch, also ich könnte theoretisch eine Mod anbieten. Aber noch eine Mod anbieten? Gibt's irgendwas, was der Wüste ist? Äh, 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 äh. Das ist fertig. Ich hab ein Herz. 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 So. Äh, ähm, ich hab's voll Angst. Schilisamen, du bist doch in der Nähe von einer Würste, oder? Nein, es hat Schilisamen. Schilisamen ist auch sehr wichtig. Schilisamen, das ist auch sehr wichtig. Schilisamen, das ist auch sehr wichtig. So, das dauert, ach komm, ich verschädte mich nicht mehr in der Würste, jetzt bin ich nur noch Holz holen. Ähm, ich baue... Ne, kommt nicht kostenlos. Optimal-Handy ist hart, dass kostenlos, wenn man intelligent kann. So, 320 Volt. Ach, meine Acht ist kaputt. 340, ich schätze mal noch zwei Bäume brauche ich noch, schätze ich mal. So, 334... 37... Oh, ich habe ein bisschen Mais. Ja, ich habe ein bisschen Mais. Ja, ich habe ein bisschen Mais. Ja, ich habe ein bisschen mehr gewünscht zu den... Äh, zwei... 250, aber... 260. Ja. Ja, es... Es ist... 260, ja. Einer kommt, einer geht. Und... Ja. Ja, es ist bei mir steht immer noch, 260. Ich steh mal auf. Ich steh mal auf, ja. Ja. Äh, nimm mich in deine Aufnahme. Ja. 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 Nein, aber... Ich steh mal auf, ja. Ich steh mal auf, ja. Ja, ich steh mal auf, ja. Ich steh mal auf, ja. Ich kümmere mich jetzt mal, wo die jetzt dann auch noch einen Verschwinden, den ich in die Sprache machen will. Äh, Marika, nach dem Haus... Ja, bitte, ich steh mal auf, ja. Ja, bitte, ich steh mal auf, ja. Ja. Ja, ich steh mal auf, ja. Äh, ein Holz brauche ich noch ein... Ich steh mal auf. So... Was? Ich manchmal... Wenn ich... Wenn ich mein Handy immer wieder in dem... ... äh... ... es wieder zeige, dann ja, aber sonst nicht. Ich schneide meine Videos nie. Ich schneide meine Videos nie. Ja, ich schneide meine Videos nie. Für Holz habe ich gefarmt. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. hoffentlich so das brauche ich nicht den knochen knochen pack ich weg weizen haben habe ich schon das schild habe ich schon kürbisse und holz so wenn ich nochmal einen server für dich erstelle nur dieses mal komplett eingerichtet mit bots und alles äh was ich habe gesagt wäre es okay wenn ich mal einen discord server erstelle nur dass ich den sitze und damit damit ich alles schon einstellen kann mit bots und so lohnt sich zwei discord server überhaupt weiß ich nicht wahrscheinlich wäre dann der den ich dann machen würde aktiver oder mein bin so immer auf meinem discord immer und bald habe ich auch ein planprojekt aufgemacht auf dem discord bei mir ich habe einen plan aufgemacht auf ob sucht den clans channel benutzen kann mein discord wird bald bald mehr leute drauf holen ja gut und 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 Können wir irgendwie ein Bild schicken? Kannst du mir da ein Bild schicken? Fälgeprofilfeld. Äh, ich brauche eine Kiste. Was? Ich verstehe, was sagst du? Also das Bild ist einfach, äh, macht, äh, hat noch jemand, äh, das Bild, äh, auf YouTube, äh, äh, aus Spaß benutzt, deshalb hab ich, äh, bin etwas nicht so gerne. Meist theoretisch, weil ich Bock dazu, hätte ich mir das Profilbild schon längst irgendwie anders ranholen können. Aber das, das, das würde etwas dauern. Deswegen frage ich dich jetzt, ich benutze das nur für den Discord, aber sonst stelle ich damit keine Scheiße an. Sollte ich jetzt mein Profilbild ändern? Hey Mann, das ist einfach so ein Bild von einem Rollstuhl. Also, äh, ich hab auch ein Bild von einem Rollstuhl. Ja, ich hab auch ein Bild von einem Rollstuhl. Bild von einem Rollstuhl, ja? Ach, nein, ich hab auch ein Bild von einem Rollstuhl. Na, lass mal wieder... Helmut, auf der Woche noch ein Bild von einem Rollstuhl. Günter, gibt es nur eine Bild von einem Rollstuhl? Ja, eintotig ja. Ja, eintotig ja. Und dann, wenn zwei andere poderes Mal richtig aussehen, aber dann sind die, die zwei viele Rohr, so weit, wenn andere nicht, die zwei Jahre sind. Er ist einfach... Ihre Bug gibt immer Vora. und das erfahre ich immer sagt denn in der furcht biermann 29 minuten aber das wasser vor dem folge lasst du den daumen oben da und wenn ich doch das sind